Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, dass die Freien Wähler dringend benötigt werden, um die politische Situation in Deutschland wieder gerade zu rücken. Wir sehen ja momentan große politische Verwerfungen, wir sehen Orientierungslosigkeit aller Orten, wir sehen diverse Koalitionsdebatten in Berlin und scheinbar hat leider auch die Union schon den Kanzleranspruch aufgegeben und wollen sich schon den Grünen unterwerfen, diskutieren schon, ob sie als Juniorpartner überhaupt in eine solche Koalition gehen. In unseren Augen ist das Rennen noch lange nicht gelaufen und wir wollen als bürgerliche Mitte hier retten, was noch zu retten ist, wollen ganz klar eine Kanzlerin Baerbock und eine grüne Kanzlerschaft verhindern. Wir wollen eine regierungsfähige Koalition der Mitte, die gesunden Menschenverstand vor sich her trägt, statt Ideologie. Wir sehen, dass die gesamte Klimadebatte sich verselbstständigt hat, dass Menschen ja schon so weit gehen, zu hinterfragen, ob man überhaupt noch Kinder bekommen soll, um CO2 einzusparen. Die trauen sich kein Fleisch mehr essen, trauen sich nicht mehr Auto zu fahren und so weiter. Also diese Weltuntergangsstimmung muss gestoppt werden. Wir brauchen hier technische Lösungen, um die Klimafrage zu bedienen, nicht Selbstmord. Und das heißt für uns ganz klar, die Wasserstofftechnik nach vorne zu bringen, heißt für uns auch die erneuerbaren Energien nach vorne zu bringen. Und trotzdem muss das Land moderner werden und gerade dadurch wird es moderner werden. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das sind die Dinge, die in den nächsten Jahren auch die Technik bestimmen werden, die in alle Lebensbereiche Einzug halten. Und trotzdem vergessen wir die Basis nicht, sowohl die kommunalen Themen, damit wir starke Kommunen weiterhin handlungsfähig vor uns sehen. Nein zur Privatisierung der Trinkwasserversorgung, eine starke kommunale Entscheidungskompetenz vor Ort. Deshalb auch ganz klar Nein zu dieser Bundesnotbremse, die die Bundesregierung in einem Anflug von Unvernunft verabschiedet hat. Wir sind der Überzeugung, die Länder und die Landkreise müssen künftig wieder das Corona-Management vor Ort selbst bestimmen. Wir vergessen auch die Basis nicht, wenn es um unsere Ernährungsgrundlage geht. Wir sind wohl die letzte Partei in Deutschland, die sich für den Fortbestand der heimischen Landwirtschaft einsetzt. Wir wollen unsere Lebensmittel auch künftig in Deutschland selber erzeugen und nicht zusehen, wie unsere Agrarflächen nur noch ideologische Spielwiesen werden. Und auf der anderen Seite Deutschland eben nur noch von Agrarimporten abhängt. Wir sehen auch die Abhängigkeit in puncto Arzneimittel. Wir sehen die Abhängigkeit in puncto Halbleiter bei den Autos. Also ungute Entwicklungen, wo wir ganz klar sagen müssen, unser Land muss wieder von innen raus Stärke entwickeln, muss wieder selbstbewusster sein, muss aufhören, sich selber ständig in Frage zu stellen. Und die politischen Akteure müssen wieder im Sinne des Volkes, im Sinne der Bürger regieren und nicht im Sinne von Ideologien. Wir kritisieren auch einen übertriebenen Mainstream, der nur noch mit Gendersternchen, Quotendebatten und CO2 sich befriedigt. Trotzdem stehen wir natürlich für Umweltschutz, für Gleichberechtigung und all die Dinge, die eben eine moderne Welt auch mit sich bringt. Aber wir stellen es nicht als Ideologie vorne hin, sondern als Selbstverständlichkeit und sind auch neben diesen Debatten politisch noch sprechfähig und nicht darauf reduzierbar. Und in diesem Sinne wollen wir eben im Bundestag ein vernünftiges Angebot für all die Bürger schaffen, denen Eigentum wichtig ist, denen Familie, Heimat, Mittelstand, Anstand und Ordnung wichtig sind, um hier ganz klar ein stabiles Land zu bekommen und nicht Deutschland immer weiter zu demontieren, wie es in den letzten Jahren passiert ist. Wir stehen auch für eine vernünftige Flüchtlingspolitik. Wir haben ja gerade wieder die Bilder, dass aus Marokko tausende Menschen nach Europa rüber wollen. Es macht keinen Sinn, sich nur um Verteilungsschlüssel dann den Kopf zu zerbrechen, sondern wir müssen die Fluchtursachen endlich bekämpfen, müssen mit diesen Ländern ja in wirtschaftlichen Austausch treten, müssen dort Wasserstoff erzeugen und vieles mehr, dass die Menschen zu Hause eine Perspektive haben und müssen sagen, Deutschland steht für eine Zuwanderung von Qualifizierten oder von Menschen, die wirklich verfolgt sind, aber eben nicht für jeden, der zu uns kommen will, eben in der Hoffnung, irgendwo wird er schon unterkommen. Wir müssen also auch diese Flüchtlingspolitik wieder auf ordentliche Beine stellen und sehen einfach die Fehler, die hier in den letzten Jahren gemacht worden sind, die dürfen sich so nicht fortsetzen, sonst wird sich das Land auch weiter radikalisieren und polarisieren. Deshalb nochmal starkes Angebot für die politische Mitte, das sind die Freien Wähler und nicht einfach so dahergesagt, sondern bewiesen, jahrzehntelang auf kommunaler Ebene deutschlandweit beste Arbeit geleistet, mittlerweile ja in den Landesparlamenten Bayern, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, ich hoffe am 6. Juni auch in Sachsen-Anhalt. Dann ist der Weg in die Bundespolitik sperrangelweit offen. Wir wollen da durchgehen, weil uns Deutschland braucht. Dafür stehen wir zur Verfügung. Und wir freuen uns auf unsere Arbeit in Berlin ab Herbst dieses Jahres.